Wenn du halt scheiterst beim Lenken, was weiß ich. Beim Lenken scheitern, finde ich gut. Ja Mensch Robin, was ist denn los? Ich habe diese Woche ein Mikrofon rumgemacht, damit das Klanggefühl richtig geil ist. So, jetzt ist das hier richtig. Ich habe einen Spagat gemacht diese Woche, ohne einen Spagat zu können. Das ist der Clou bei der Sache. Und jetzt ist mein Muskel hier komplett verzerrt. Also es ging einmal komplett runter bis in den Unterschenkel. Das ist jetzt weg. Unterschenkel ist wieder gut. Aber hier hinten, meine Arschwade, die tut richtig weh. Die Arschwade, so heißt die, genau. Ich muss zum Arschwadenarzt. Ja, also wenn man auf dem Klo sitzt und dann aufsteht, dann drückt man genau dahin, wo es weh tut. So kann man sich das verstehen. Ah, okay, verstehe. Also vom Klo aufstehen ist großer Pain. Kennst du das, wenn deine Beine einschlafen, wenn du auf dem Klo warst? Ja. Und du auch ein bisschen zu lange gefacebookt hast? Ja, musst du schon zehn Minuten da sitzen, Alter. Manchmal schon, ja. Also, um das zu erreichen, das ist mir passiert, das will ich gar nicht erzählen. Ich bin ja sowas, ich kacke ja gar nicht. Ja. Blümchen nur. Nur Blümchen. Willkommen, liebe Leute. Ich wollte gerade sagen, was ist denn dieses traurige Ding, was ihr liebt? Das ist ein flaches Schokobrötchen, was ich mir beim Arsch breit gesessen habe gerade eben. Das ist mein Notfall-Schokobrötchen, falls ich Hunger kriege. Ich wurde immer verspottet, ja, von Herodes und Johannes, weil ich im Musikpark Erfurt war und gesagt habe, ey, wenn es dir langweilig ist, gar kein Problem, ich kann mich beschäftigen, ich habe Bounty in meiner Hemdtasche. Als Beschäftigung, ja. Da wurde ich dann verspottet. Das ist jetzt auch keine Betätigung für eine Stunde, oder das ist ja irgendwie so, es isst du ja in fünf Minuten auch wahrscheinlich. Ich gehe wahrscheinlich demnächst wieder in den Musikpark der Eichenzeit. Ich beschäftige mich beim Bounty, Alter. Was für ein Hobby, Alter. Ja, das ist doch geil. Das hast du mir gemacht heute, ja, mein Bounty heute mit beschäftigt. Ich verstehe, dass du geflamed worden bist. Ich will es nicht zu verurteilen, aber es ist schon witzig. Naja, es waren halt viele, es waren sechs oder so, ja. Es war schon eine Weile beschäftigt. Also so ein Zauberwürfel mit neben Gameboy und demnächst ein Bounty. Ja, also ich werde wahrscheinlich demnächst mal wieder in den Muckepark gehen, weil da geht es kostenlos rein. Ich weiß nicht, warst du da jemals? Ja, auch nicht so oft, vielleicht so dreimal in meinem Leben. Aber immerhin. Warum kostenlos? Weil die das halt machen. Das machen die ganz oft. Bis zu einer bestimmten Uhrzeit kommst du kostenlos rein. Ich dachte nur so, wie U30. Irgendwie weibliche Personen kommen kostenlos rein. Es ist schon, es ist schon, also das ist ja irgendwie immer ab 18, aber ich habe das Gefühl, da hopsen trotzdem auf dem einen oder anderen Floor ein paar 16-Jährige rum. Aber der Halligalli-Floor, der jetzt irgendwie nur noch Stadel heißt, den kann man sich mal wieder gönnen. Ja, der war geil, muss ich sagen. Nach all der Zeit. Für Drunk of Steel and Tay und Whitney Spears. Die ganze Scheiße. Ja, und für kostenlos, weißt du, ein E-Deutschland-Ticket. Also es kostet mich einfach gar nichts. Und deswegen... Trinkst du nicht mal irgendwie Wasser oder so dort oder eine Cola? Warum? Das kostet Geld. Das stimmt. Ich nehme mein Bounty mit. Keine Sache, verflüssigen einfach. Ja. Also schmelzen, dann trinken, wenn du schwitzt. Geil. Nee, liebe Leute, macht das nicht nach, weil wenn ihr feuern geht, trinkt bitte auch was. Also ihr hattet ja auch irgendwie, ihr schwitzt ja auch viel. Ja, ich trinke auch beim Skaten nichts. Das ist hartes Training für den Körper, aber er muss wissen, was er zu leisten hat. Ja, Krebs ist ja auch ein hartes Training für den Körper. Ja. Und Therapien und so. Ja. Ich skippe nicht den Leckday, ich injiziere mir Krebs in die Beine, damit er zu arbeiten hat. Nee, aber ich bin ja darauf gekommen überhaupt, weil diese Woche ein neuer Hit von Herodes Armloch veröffentlicht wurde. Oh, der war super. Das ist Larry MacLessig, ja, sein neues Pseudonym, was er bestimmt ganz, ganz oft verwenden wird. Deswegen gehe ich heute in den Cosmo. Und ja, das ist entstanden vor sechs Jahren oder so, diese Idee, als wir in den Mupa wollten und ich nicht reinkam, weil ich eine kurze Hose anhatte. Ja. Und dann musste Franz aufs Klo gehen, seine Hose dort ausziehen. Dann wurde mir die Hose rausgebracht. Ich habe die Hose angezogen. Ah. Bin dann rein in diesen elitären, langhosigen Schuppen. Und während ich aufs Klo gehe, sieht man verzweifelt Franz da sitzen. Also man sieht ihn nicht, weil die Kabine zu ist. Aber die Putzfrau war halt vor der Tür. Und dann sagt, ey, jetzt hör mal auf mit Scheißen hier und wir lassen es mal sauber machen. Und er sitzt halt da ohne Hose. Ah, wie lustig. Kann halt nicht raus. Ja, das war auf jeden Fall sehr gut. Und der Security, der mich nicht reingelassen hat, hat halt zu mir gesagt, ey, jetzt machst du hier eine flotte Sprüche oder was? Bist du ja lach übergläsig? Ach, lustig. Da kommt das her. Ich glaube, ich kenne die Geschichte schon, aber ich habe die völlig vergessen. Es ist halt so lange her, aber das ist schön, dass es endlich dazu gekommen ist, dass Herr Rotes Armloch einen neuen Brechersong gemacht hat. Es gibt Songs, die brauchen ein ganzes Leben. Das ist manchmal so, ne? Ja, also Kunst muss manchmal reifen. Das ist auf jeden Fall Banger. Ich habe reingehört und dachte, krass, auch das Video, das ist auf jeden Fall auf einem hohen Niveau. Ist es bei Spotify zu hören? Ich glaube nicht. Schade. Ich glaube, da ist er nicht hinterher. Dann müsste ich das in meinem Account hochladen, aber das will ich ja auch nicht. Das ist ja seine Kunst. Das stimmt. Wo wir gerade von Kunst reden. Hallo, ihr Künstler. Oder begrüß dich mal kurz. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich hier dran rumgemacht habe. Das ist okay. Nicht aufnimmt. Aloha von der Datenautobahn. Wir sind der Brennpunkt Intranet. Wir sind ROPS und TOPS. Super, das hatten wir doch nicht. Ja, und sprechen über die vergangene Woche. Robert und Tobert. Und reden, was uns so beschäftigt hat. Und meine Liste ist nicht wahnsinnig lang, aber lustig. Dafür sind andere Dinge lang. Die Liste ist breit. Wie zum Beispiel die Wartezeit beim Bürgeramt. Beim Tarnarzt. Keine Ahnung. Das auch übrigens. Ich musste mir letztens etwas besorgen für eine Tätigkeit, die ich vorher hatte. Oh ja, Drogen wie dazu. Im Bürgeramt, genau. Und die Termine sind ja ewig lang ausgebucht. Da findest du ewig nichts. Das ist so eine Sache, die haben die bei Corona eingeführt. Und dann haben sie es einfach nicht wieder ausgeführt. Ja, man konnte früher spontan hingehen, so losziehen. Und dann bist du auch alle aufgerufen worden. Aber jetzt musst du immer Termine machen. Und das hat seine Vorteile für die Leute, die da arbeiten bestimmt. Dass sie auch mehr schaffen und sich mehr Zeit nehmen können. Das ist sicherlich cool. Aber für mich als Bürgerin und Bürger ist es halt irgendwie blöd, dass du halt ewig warten musst. Du bist Bürgerin und Bürger. Ich bin beides, ja. Okay. Genau. Und es ist halt schade, wenn du spontan verreisen willst oder so. Und dann musst du irgendwie halt ewig warten, dass du da ausreisen darfst. Und so einen Reisepass beantragen. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich habe noch eine kleine Aktion in eigener Mission. Ja. Bevor wir in die Themen einsteigen, die die letzte Woche so in Atem gehalten hat, dass da so passiert ist. Eine Sache, die ich gestern entdeckt habe. Achtung. Björn Banane. Der Name sagt schon wieder alles. Der will antreten für die AfD, ne? Du siehst hier die Ärzte Demokratie als Thumbnail. Ja. Ich verbrenne meine Die Ärzte Sammlung. Oh, wegen Demokratie. Wie schlimm. Björn Banane ist auf jeden Fall, hier ist, guck mal, ganz vorne dran, die Band, die sie Pferd nannten, habe ich selber im Original. Das ist ein teures Buch. Das ist kein Buch, das ist eine DVD, du Lappen. Ach ja, das ist, ne, das ist ein Meerschweinchen Buch, meine ich nicht. Stimmt, das sieht genauso aus, ja. Also du bist ja ein Fake-Fan. Ne, ich habe es auf dem Bild nicht erkannt. Ja, man muss halt dazu sagen, es ist schon verbrannt. Ja, und sie sieht nur das Logo, das ist rot, so. Ich dachte, ja, okay. Ja, das ist aufgenommen worden damals zum, ich glaube, 40. Geburtstag? Ja, von Bela in Oberhausen. Hm, kann sagen wir nicht. Ja, und der verbrennt das, weil die Ärzte haben jetzt, was ihm völlig abhandengekommen ist, keinen neuen Song veröffentlicht, sondern einen vor drei Jahren veröffentlichten Song, nämlich Our Bass Player Hates The Song, der jetzt unter dem Namen Demokratie veröffentlicht wurde. Er hat scheinbar das Album nicht gehört, weil für ihn war der Song neu. Habt ihr auch mal noch nie gehört, wenn er jetzt erst irgendwie die verbrennt, weil die irgendwie links sind und gegen rechts sind. Ja, nee, pass auf, er stößt sich besonders an einer Zeile. Ja, ich mich ja auch. An welcher? Die, äh, die, äh, die... Freiheit ist keine App aus dem Worldwork-Web. Das ist wirklich die schlimmste Zeile. Ich lauf fast mit meinen ganzen Sachen verbrannt von der Ärzte für diese Zeile. Ja, also, ganz schlimmer Boomer-Spruch. Nein, äh, immer nur zu meckern auf das blöde Scheiß-System, das ist schön bequem, du bist nicht Teil der Lösung, du bist selber das Problem. Ja. Und da hat er sich scheinbar rausgepickt, ja, er sagt, er ist 40 Jahre harter Ärzte-Fan gewesen. Glaube ich nicht, bei dem, was er so von sich gibt. Aber jetzt, ja, dass er, weil er auf das System meckert, plötzlich blöd ist, ja, und das Teil des Problems ist, ist er jetzt Fan nicht mehr. Ja, das ist eine Zeile, die kann man natürlich interpretieren, ne? Ja, der ist aber dumm, weil es geht ja hier um Leute, die nicht wählen und nicht um Leute, die sich beschweren. Es geht ja hier um Leute, die sich beschweren, aber halt nichts machen. So, die einfach nur sagen, äh, es ist scheiße und ich gehe nicht wählen. So, äh, und, und das, die Grundprämisse ist schon einfach nur dumm. Und er labert nur scheiße, es ist wirklich unfassbar. Die Ärzte nehmen ihn auch aus tausend anderen Gründen als dumm, weißt du, nicht nur deswegen. Also, ich weiß nicht, warum er jetzt diese Zeile so zum Anlass nimmt, seine Diskografie zu verbrennen. Was soll er machen, ist mir völlig egal, aber es ist einfach dumm von ihm. Und die Ärzte würden ihn sowieso auslachen. Ich finde das so unfassbar, was halt dieses, dieses Filterblasenleben aus einem machen kann, weißt du. Sein jugendliches Ich würde ihm wahrscheinlich vor das Schienbein drehen, treten. Alleine für den Namen Björn Banane schon. Was ja nicht so schlimm ist, ich muss sagen, ich war auch als Kind ein Teenie anders, als ich heute bin. Ja, aber, also überleg mal, du, du, 40 Jahre Fan, so. 40 Jahre, die Ärzte. Kommt ein Lied, bei dem du denkst, und natürlich, was er noch sagt, Corona war ihm ganz groß und wichtig, weil die Ärzte quasi sich nicht, nicht gegen Corona-Maßnahmen ausgesprochen haben, sind die jetzt auch schon unten durch. Ähm, das ist alles so. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Nischenthema wieder, Leute, aber das hat mich, das, also es war faszinierend, sag ich mal. Es hat mich jetzt nicht runtergezogen oder so. Ich finde es einfach faszinierend, wie du innerhalb von wenigen Jahren in so einer Bubble so ein 180 machen kannst. Und plötzlich alles, die Ärzte sind Systemlinge, weil die genau das sagen, was man denkt, was die Leute hören wollen. Oder was, was die da oben wollen. Das ist doch Schwachsinn, Alter. Also, es ist für ihn gar keine Option, dass irgendwie diese drei Leute, die da Lieder schreiben, das so schreiben, wie sie das denken. Für ihn ist es ganz klar, dass die nur Sachen schreiben, von den Leitmedien vorgegeben. Es ist unfassbar. Es ist wirklich, es war für mich eine interessante Charakterstudie. Ich kannte diesen Typ nicht. Er steht oben, für mich. Das wurde mir empfohlen von YouTube. Ja, also ich kenne ihn so durch irgendwelche Livestreams, die er gemacht hat und irgendwelche Fails bei Demos, wo er versuchte, cool zu sein. Und hat sich, glaube ich, Antifa-Gruppen da auch begeben auf Demos und sich dann gewundert, dass er irgendwie verfolgt wird und Ärger kriegt oder angedroht wird. Ist halt einfach ein Drops, so der Typ. Und er tritt auch wohl für die AfD, glaube ich, zu den Wahlen jetzt irgendwie an. Also ganz, ganz komischer Typ. Das ist halt auch, das habe ich dann tatsächlich drunter kommentiert. Der sagt nämlich die ganze Zeit, wir leben in einer Scheindemokratie. Wenn dann aber der Lösungsansatz ist, die AfD zu, Achtung, wählen, dann weiß ich nicht, ob das so ganz hinhaut. Das macht ja eh überhaupt keinen Sinn, letztendlich. Also ich verstehe das gar nicht, was der Banane da will. Völlig Banane ist der Typ. Na, gut. Aber die Ärzte sind ja eh so ein bisschen unten durch bei viel, seitdem sie bei der Tagesschau aufgetreten sind. Da gibt es auch so Bilder von wegen, irgendwie, heute früher noch Pangs, heute Teil des Systems und so. Wobei die Ärzte und viele, viele Künstlerinnen und Künstler, die ja früher sehr anti-System waren, die sind ja nicht aus Prinzip gegen das System oder aus Prinzip immer dagegen, sondern es gibt ja auch Dinge, die die Regierung macht, die schlau sind. Wie wenn ein Virus irgendwie krasiert, dass man sich schützt davor. Das ist ja nicht einfach nur System gehabt, es ist einfach nur schlau, das zu machen. Ja, und eine gewisse Pflicht hat der Staat ja auch, den Bürger zu schützen. Ja, und das ist auch gut so. Wir können da tausendmal noch weiter drüber reden, dass es bei Corona nicht alles glatt gelaufen ist. Aber zu sagen, der Staat soll einfach nur machen lassen, wenn hier ein Virus grasiert, ist halt das andere Extrem, was keinen Sinn ergibt. Also irgendwas muss ja passieren. Ich weiß, es gibt so viel, was Banane kritisieren kann an der Regierung oder im System und so, was ja alles auch richtig ist. Aber so aus dieser Prinzip Hate und Sachen sich aus den Rippen zu leiern. Ich habe letztens wieder eine Diskussion gehabt auf Facebook mit der Person, die sich über Baerbock aufgeregt hat. Und es gibt an Baerbock vieles, was Banane kritisieren kann. Dass sie eine Frau ist zum Beispiel. Zum Beispiel, das ist das oberste, was auch rechtlich ist. Aber er hat mir so fünf oder vier Punkte geschrieben, die gar keinen Sinn ergeben. Dass sie sich verspricht laufend, hat er ihr angekreidet. Dass ihr Englisch nicht gut wäre. Und was war es noch? Und andere Sachen, die überhaupt nicht gestimmt haben, wo einfach nur aus dem Kontext gerissen, Aussagen genommen worden sind. Also in ihrer Ministerrolle sollte sie schon Englisch können. Kann sie ja auch. Und zum Beispiel gibt es auch Artikel von englischen Zeitungen, die halt ihr Englisch loben zum Beispiel. Dass es eine Außenministerin wäre, der halt Englisch mal irgendwie okay ist zum Beispiel. Und da habe ich eben auch geschrieben, es ist auch super, dass du Baerbock kritisierst, dass du die Regierung kritisierst. Cool, mach das weiter. Aber bitte greif doch mal reale Punkte auf. Geh doch mal auf die Inhalte ein, was echt zu kritisieren ist. Dass sie eine Frau, dass sie komisch manchmal spricht. Dass sie sich verspricht auch. Das ist auch geschenkt. Auch lauterbar, wie ihr manchmal so daherredet. So nuschelt und manchmal auch sich verspricht, es ist doch normal. Das machen doch alle mal. Das macht doch auch Weidel mal oder Chrupalla. Darum geht es doch nicht. Aber redet doch mal über ihre Inhalte und was sie sagen, was sie für Politik machen. Aber das machen die halt nicht. Jetzt sind wir wieder bei der AfD gelandet. Weil es ihnen auch ein Thema ist. Die nun schafft es immer wieder. Was ich auch immer wieder schaffe, ist mir Lodi anzugucken. Ich will da ganz kurz berichten. Ich war vorgestern für euch, liebe Hörers, bei Lodi. Für euch war er wirklich, für euch. Nein, für euch vorgestern. Ach so, aha, okay. Ich war bei euch bei diesem Konzert, damit ihr euch live bescheißen kann, was? Berichten kann aus dem Schützengraben. Auch das, Gäste. Ich war für euch bei Lodi, damit ihr nicht hingehen müsst. Und es war ein tolles Konzert. Also es ist ja diese Monster-Band aus Finnland und so. Und war richtig stark im Hellraiser. Coole Band. Ich habe mich doch dagegen entschieden, einen Song in die Playlist zu nehmen von Lodi. Habe einen anderen coolen Song entdeckt. Aber dazu gerne später mehr. Jedenfalls, was ich berichten wollte. Lodi sind gerade auf großer Tour durch Europa. Und die haben geschrieben vor ein paar Tagen, dass der Sänger krank ist, Mr. Lodi. Und ich dachte schon, scheiße. Er hustet, muss ins Krankenhaus ständig und sich behandeln lassen. Ich dachte, toll. Da kann ich meine Reise absagen nach Leipzig. Scheiße, der hat nicht mal eine Sackbox. Wiss man nicht genau. Und er sagte jedenfalls, dass sie jetzt zwei Shows absagen von der Tournee. Die letzten beiden in Pratislava und was Regensburg oder Wien, weiß ich nicht mehr. Aber Leipzig wird er noch spielen. Das ziehen sie noch durch. Und machen das als Abschlusskonzert quasi, was so nicht geplant war. So war ich aus Versehen zum Abschlusskonzert der Lodi-Tour. Und richtig cool. Man hat von der Krankheit nichts gemerkt. Nur, dass sie gesagt haben, dass sie krank sind. Und jetzt sind sie alle in der Band krank und müssen halt nach Hause fahren morgen. Weil sonst wird es noch schlimmer. Deswegen vielen Dank, Lodi, dass ihr ihn noch durchgezogen habt. War ein cooles Konzert. Ja, wir haben jetzt alle hoch Corona. Ich weiß nicht, was wir sagen. Ja, Tino, lass doch jetzt mal zu den wichtigen Themen der Woche kommen. Gerne. Wobei das nicht unbedingt diese Woche entstanden ist, sondern schon vor zwei Wochen. Aber diese Woche hat es erst richtig Fahrt aufgenommen. Und das Internet hat sich die Schädel eingeschlagen. Und zwar, Tino, wenn du jetzt alleine in einem Wald wärst, würdest du dann lieber einem Bären begegnen? Habe ich auch, habe ich auch das Thema. Oder einem fremden Mann. Habe ich auch das Thema. Und es ist gerade voll das Ding, dass eine Person anfing zu sagen, dass sie sich mehr von Männern fürchtet als von den Bären. Und das heißt, wenn sie sich entscheiden müsste, wem sie in den Raum eingeschlossen ist oder auch alleine im Wald ist und so weiter, mit einem Mann oder mit einem Bären, da hat sie halt mit einem Bär gesagt. Daraufhin gab es dann auch Interviews, wo sie Flinterpersonen, also vor allem auch Frauen, interviewt haben auf der Straße, wem sie lieber begegnen würden. Und haben echt so, also in dem Video, was ich gesehen habe, waren schon fast alle gesagt, dass sie sich lieber mit einem Bären treffen würden. Und es hat natürlich viele Männer aufgeregt und viele Antifeministen aufgeregt. Und es gibt auch ganz viele lustige Memes. Zum Beispiel habe ich hier eins vor mir, was ich sehr witzig fand, wo Laila... Ja, die Puffmutter sitzt ja auf diesem komischen Grizzly drauf. Das ist Leia. Leia, sorry, Leia sitzt... Nee, das ist nicht Chewbacca, das ist... Wie heißt das? Das ist Chewbacca, ja. Das ist Chewbacca, genau. Quasi... Leila auf Mannbärschwein. Er trägt sie quasi, genau, sagt irgendwie, thanks, but I chose the bear. Und dann gibt es auch ganz viele andere lustige Memes, wie so ein Mann irgendwie weint, im Bett liegt und so und sagt, dann lässt du dich doch von Bären ficken und der hat länger durch, ja, zwei Minuten und so. Ist ganz witzig und ist gerade ein riesiges Thema im Internet. Streitbar, natürlich, keine Frage. Es ist auf beiden... Aber es kommt irgendwo her. Ich, ich, ja, also was, pass mal auf. Los geht's. Auf beiden Seiten. Erstmal nochmal als Einordnung für die Leute. Ja, das ist ein Trend, der auf TikTok entstanden ist, aber dann so richtig Fahrt auf Twitter, glaube ich, aufgenommen hat. Ja, und jetzt ist er überall. Super Emo, überall. Aber auf Twitter ist natürlich immer gerne gut Kopf einschlagen. Aber ursprünglich scheint es schon so ein TikTok-Ding zu sein. So wie ich das zurückverfolgt habe. Wie dem auch sei, es ist auf beiden Seiten einfach wieder nur Dummes. Und für mich ist das klar, dass das irgendwo so ein bisschen eine provokante Sache einfach ist. und jetzt nicht eine tatsächliche Entscheidung, so. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ja. Ich glaube, es werden schon ein paar Menschen noch. Ja, und dann sind die dumm und dann ist das richtig, wenn Leute sagen... Oder nein, das ist nicht richtig, aber das ist dann wiederum der, 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 das ist trollige Gegenargument. Ja, ist ja klar, dass die Frauen sich für die Männer nicht entscheiden, weil das ist keine... Das basiert ja nicht auf Logik, ja. Das basiert ja auf Emotionen, diese Entscheidung. Aber... Ist ja auch eine Aussage trotzdem, ne? Ja, der Mic Drop war dann, ja, aber pass mal auf, wenn ein Bär dich im Wald anfällt, hast du hinterher Narben und die Leute glauben dir. Wenn das ein Mann mit dir macht, dann glauben die dir das nicht. Da ist was dran, oder? Da ist vor allem dran, dass du nicht wieder weiterläufst, wenn der Bär mit dir fertig ist. Du hast dann Narben, weil dein ganzer Körper aus einer Narbe besteht. Ja, aber das ist das Szenario, dass du überlebst einen Bärenangriff und du überlebst einen männlichen Angriff. Da ist es schon irgendwie, finde ich, nicht weit hergeholt zu sagen, einen Bärenangriff glauben die Leute mehr als vor einem Mann angegriffen zu sein. Das ist... Ich glaube schon. Das ist faktisch komplett falsch, der Bär zerreißt dich in der Luft und zweitens impliziert das, dass jeder fremde Mann dich angreift, was ja nicht der Fall ist. Das ist ja dieses, oh, not all, nein, 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 nein. Mit Winnie-Pooh, dem Bären im großen blauen Haus, dem Charmin-Bär und Donald Trump. Wen würdest du am ersten Date eingehen? Ein Date? Du überdrehst das ja komplett. Nee, ich gar nicht. Dann Winnie-Pooh natürlich, ich will seinen Honig schlürfen. Ja, same. Ich würde zu Bären im großen blauen Haus gehen, glaube ich, weil er hat ein großes blaues Haus. Naja, auf jeden Fall, es geht nicht um diese Bären, es geht um echten Bären vermutlich. Aber für mich ist es trotzdem so eine provokante, treue Antwort und halt eine, ich will was aussagen-Antwort. Aber wenn es wirklich, wenn jetzt wirklich ein Saw-Szenario wäre, würde jede Frau sagen, ich nehme den Mann. Da bin ich mir sicher. Also hier steht Bärengreif nur an, wenn sie überrascht oder provoziert werden. Ja, das ist eine allgemeine Regel. Das ist vielleicht der deutsche Bär oder so, der kleine, weiß ich nicht, Pupsbär oder wen es hier in Deutschland gibt. Wahrscheinlich gar keinen, aber das ist doch unterschiedlich. Also ich glaube, die braunen Bären sind relativ aggressiv und die Polarbären, da hast du gar keine Chance. Ich glaube, der Schwarzbär ist noch halbwegs zahm und auch ein bisschen kleiner. Von Natur aus sind braunen Bären eher friedlich und gehen Menschen aus dem Weg. Ich würde meinen jetzt hier nicht da zum Beispiel. Ja, ich kann das ja alles davor ziehen, dass es schreibbar ist, dass es auch provokant ist. Ich finde das auch völlig, das müsste ich jetzt gleich nochmal reinschieben, bevor ich jetzt wieder der mysogyne Frauenhasser bin. Ich finde das auch völlig okay, das zu sagen. Ich finde es genauso dumm, dass die Männer sich dann so drüber aufregen. Ich bin eher so an den Sidelines. Aber ich sage nur, das ist völlig fein, das so zu machen und das ist eine Aussage, um irgendwie was zu erreichen, um was wach zu rütteln und so. Aber jede Person, ob Mann, ob Frau, ob irgendwas anderes, wenn das jetzt wirklich so ein Source-Szenario wäre. Hey, ich stecke dich jetzt in einen Raum mit einem Bär oder ich stecke dich jetzt in einen Raum mit einem Mann. Da würde jeder diesen Mann nehmen. Komm doch einen Mann drauf an. Ein fremder, ein random fremder Mann. Ja. Musst du mich nicht unbedingt fragen, ich bin kein Betroffener. Ja, aber du würdest auch den Mann nehmen. Weiß ich nicht. Wenn es mir in die Puh ist, nicht... Wenn ich jetzt sage, da in diesem Zimmer da drüben ist ein Bär und du gehst da jetzt rein. Aber wenn ich wüsste... Du wirst erschossen oder du gehst in einen Raum mit einem Bär oder einem Mann. Wenn du jetzt einen Mann in der Wohnung hast, wüsste ich, dass er, glaube ich, in Ordnung ist. Du wirst, glaube ich, keinen Vergewaltiger reinlassen. Na gut. Aber also jemand, der dich vor so eine Frage stellt, der könnte schon auch Schauspieler reinstellen. Ich kann es halt vorlagvollziehen, dass es streitbar ist und dass sich da viele drüber aufregen. Aber es ist eine Debatte, die ist nicht ganz fremd. Und die ist nicht ganz aus den Rippen gezogen. Ja, wie gesagt, ich soll was aussagen, dass Frauen vor fremden Männern Angst haben. Aber das ist ja auch ein bisschen mein Leitthema, sodass ich es eher negativ finde, dieses Narrativ immer zu wiederholen. Weil das eher ja die Angst schürt, statt es besser zu machen. Gleichzeitig muss man natürlich darauf eingehen, dass Dinge passieren, dass fremde Männer übergriffig gegenüber Frauen sind. Das ist ja alles richtig und das sollte nicht so sein. Ich glaube nur, dass das halt nicht so geil ist, wenn man das immer in den Schädel so reinhämmert. Man will ja das Ziel erreichen, dass jeder einfach Angst befreit durch die Welt hopsen kann. Ich glaube, eine gewisse Awareness ist da schon wichtig. Und das ist ja jetzt gerade durch die sozialen Medien auch ein Thema geworden, dass sich immer mehr Flinterpersonen immer mehr äußern und ihre Ängste äußern und sich irgendwie aber auch stärken und sagen, ja, ich kenne das Gefühl auch, dass ich nicht, ich kenne auch aus meiner Kindheit noch, dass die Jungs von ihren Eltern öfter mehr Freiheit bekommen haben als Mädchen zum Beispiel. Das Mädchen durften nicht alleine feiern gehen, Jungs aber schon. Ja, scheiße. Was schon daher kommt, dass ja durchaus man mehr Angst um die Mädchen hat, dass ihnen was passiert hat zu Männern. Das ist scheiße, finde ich. Das ist scheiße, scheiße. Weil das fördert ja eine Angst vor der Welt insgesamt bei den Mädels. Ich glaube, das ist eine Umkehr. Ich glaube, dass diese Angst aber auch berechtigt ist. Teilweise. Ja, aber schon ganz... Angst, sich in ein Auto zu setzen. Aber die tatsächliche Zahl an Autounfällen wird ja nicht größer oder kleiner. Wenn es eh nicht mehr passiert, ist es doch dann super, oder? Wie jetzt? Hast du dich nicht gerade selbst die bangt? Hast du nicht gerade gesagt, dass dann, wenn es immer mehr berichtet wird, haben die Leute mehr Angst? Ja, die haben mehr Angst, sich in ein Auto zu setzen. Also ich finde jetzt Autofahren an sich nicht so geil und verheiligenswert. Also ich dachte, du meinst, es passiert dann auch mehr, weil man diese Awareness mehr schafft und mehr Autounfälle passieren auch mehr. Nein, die Leute haben... Es ist vielleicht nicht das perfekte Beispiel. Ich wollte nur verdeutlichen, was ich meine. Die Leute haben mehr Angst vor dem Autofahren, aber die Unfälle verändern sich nicht. Also ich muss sagen, für mich als Person, die männlich erzogen worden ist und als jung erzogen worden ist, dass mir diese Beispiele und diese Geschichten vor allem von Frauen geholfen haben, meine Männlichkeit zu hinterfragen und auch mein Verhalten zu hinterfragen. Ich habe auch mal irgendwie gesagt zu einer Zeit, als ich noch so 17, 16 war, das ist doch nicht mein Problem, wenn ich auf der Straße rumlaufe und eine Frau hat Angst vor mir und so. Aber jetzt durch diese vielen Geschichten, das ist ja doch auch oft passiert, oder allein ich kenne persönlich bestimmt zehn Frauen, die in dem Leben verfolgt worden sind, bedrängt worden sind, sonst irgendwas. Von Männern übrigens fast gar keine Fälle in der Richtung. Allein, dass ich das weiß, dass diese Angst besteht, dass diese Vorfälle passieren, hat dafür gesorgt, dass ich auch vorsichtiger bin und aware bin. Und wenn halt ich nachts alleine nach Hause laufe und eine Frau ist auf derselben Straßenseite, wechsle ich die halt. Es ist halt das Beispiel, worum es halt meistens geht und ich wechsle es halt meistens. Es geht nicht immer, wenn du auf beiden Straßenseiten Frauen langlaufen hast. Und ich sehe auch nicht wirklich gefährlich aus, aber das wissen sie ja nicht, ne? Ich verstehe das, was du da machst und es ist keine große Sache für dich, das zu tun, aber ich finde es trotzdem, ich sage jetzt mal, schade, dass du dich in der Not fühlst, das zu tun, obwohl du ja in der Sekunde gar nichts Schlimmes machst. Ja, klar ist es schade, ja. Aber ich fahre dir etwas aus, was ja andere, was ja vor allem Männer angerichtet haben. Ja, aber warum ist es deine Aufgabe so, weißt du? Na, weil ich auch so gelesen werde, weil die Frauen, die von mir laufen können, nicht wissen, dass ich halt nicht so einer bin. Ich kann ja nicht einfach jeder herrufen. Ich bin übrigens nicht so einer, ich lasse dich in Ruhe, keine Angst. Nee, einfach gar nichts machen, einfach dich ganz normal verhalten. Ja, aber schon das ist ja manchmal für Frauen... Weil dieses Angst-Narrativ so in den Schädel reingehämmert wird. Nee, aber weil es ja auch ein bisschen Wahrheit drin steckt. Ja, aber es steckt auch Wahrheit in den Autounfällen und trotzdem fahren Leute Auto. Ich finde es einen schwierigen Vergleich, weil Unfälle sind Unfälle, aber übergriffiges Verhalten ist ja nun mal ein Fakt. Und Femizide, also Morde an Frauen nehmen ja auch zu. Und die Vorfälle sind ja auch gewachsen und so. Es ist alles nicht so einfach wegzubrechen. Ich finde es schon legitim. Da habe ich jetzt gerade die Statistiken nicht da und du auch nicht. Ich nehme dich jetzt mal für bache Münze und sage, dass das ist. Ich kann es doch nachlesen, gerade im Fall dieser Bärngeschichten. Aber das Ding ist ja trotzdem, das... Ich mache einen Faktencheck. Es wäre ja schön, ich wäre jetzt nicht wieder so ganz anti, weil dann heißt es wieder, dass ich da keine Berechtigung sehe und so. Es ist alles scheiße, wenn Frauen Übergriffe erleiden müssen, ja. Nur ich finde es einfach schade, dass diese grundlegende Angst, und die wird meiner Meinung nach auch geschürt, so präsent ist. Auch wenn sie berechtigt ist, aber vielleicht machen wir mal den Vergleich mit, wie oft passiert jetzt ein Übergriff durch einen Mann, wenn du nachts durch die Straße läufst? Und wie oft passiert statistisch ein Autounfall? Und klar ist es was anderes, weil das eine hat eine variable menschliche Komponente, ja. Und das andere ist, ich sage mal, na gut, hat auch eine menschliche Komponente, wenn da Besoffene fahren oder wenn du halt scheiterst beim Lenken, was weiß ich. Beim Lenken scheitern, finde ich gut. Unfallursache beim Lenken gescheitern. Das finde ich gut. Aber also trotzdem, ja, du weißt, glaube ich, was ich sagen will. Hast du jetzt deine Statistik hier ausgesucht? Die habe ich nicht gefunden, aber schon diese Zahlen, die aktuell sind, vom Gewalt gegen Frauen vom Bund, die haben so einen Verein. Jede dritte Frau in Deutschland ist von sexueller oder körperlicher Gewalt betroffen. Das ist ja schon mal eine krasse Zahl. Ein Viertel aller Frauen erleben körperliche und oder sexuelle Gewalt in ihrer Partnerschaft. Und zwei von dreien Frauen erleben sexuelle Belästigung. Schon diese Zahlen an sich, ohne jetzt zu rausfinden, ob die steigen oder fallen, das sind ja schon sehr krasse Zahlen aktuell. Und ich glaube, schon das sollte eine gewisse Awareness bei Leuten sorgen, dass es das halt gibt und dass Frauen auch Angst haben. Ja, das weiß ja jeder, dass es das gibt. Und ich finde es wichtig, auf solche Zahlen aufmerksam zu machen. Klar kann das auch dafür sorgen, dass Frauen dann irgendwie merken, oh stimmt, die Zahlen sind ja doch relativ krass, ich muss aufpassen. Aber ist diese Awareness nicht auch gut, dass man sich dem bewusst ist? Ich muss noch mal was reinschieben, weil das ist aufgrund meiner gesamten Wesensart und das ist halt jetzt zufällig ein Beispiel, wo das so ein bisschen sich beißt mit gesellschaftlichen Wahrnehmungen, sag ich mal. Ich habe halt diese Grundhaltung, oh mein Gott, ich muss am Montag eine Klassenarbeit schreiben, die versaue ich bestimmt, dann habe ich bestimmt eine 6, dann komme ich nicht weiter. Diese Gedanken will ich gar nicht haben, weil ich kann mir diese Gedanken machen, wenn es soweit ist, wenn das tatsächlich passiert ist. Hilft der Frau aber auch nicht in dem Moment, wo sie im Busch liegt und vergewaltigt wird. Ja, aber was hat es dir dann vorher geholfen? Dass du vorsichtiger bist, dass du einfach guckst um dich herum, dass du vielleicht ein Telefon, es gibt auch so Nummern, die du anrufen kannst, wenn du allein unterwegs bist. Ich glaube, das hat man auch schon mal, ich will es nicht zu lange machen, aber wenn du dafür, du gehst 10.000 Mal in deinem Leben nachts über eine Straße, durch die Straße, was auch immer, und dann hast du dann 10.000 Mal die ganze Zeit Angst und hast dein Telefon dabei, aber nie passiert was. Dann ist das für mich, und ich möchte jetzt nicht für die Frauen sprechen, ihr könnt das gerne handhaben, wie ihr wollt, und so. Ja, das ist das. Disclaimer. Aber für mich ist das dann einfach verschwendete Energie. Und da würde ich mir nach 10.000 Tagen würde ich mir auf einem Sterbebett aber einen Arsch beißen, dass ich so viel Angst darin verschwendet habe, in einer Sache, die nie passiert ist. Und das ist nur meine Grundhaltung. Jeder kann das handhaben, wie er will. Ich glaube nur, dass wenn man das immer und immer und immer wieder in den Schädel reinhämmer, dass dann die Angst geschürt wird und man nicht in das Ziel kommt irgendwann, an, wo einfach die Leute, die Männer sich zusammenreißen und die Frauen ohne Angst, also das wird nie 100% passieren, dass es keine Übergriffe gibt. Das soll es auch gar nicht gehen. Das ist ja auch nicht das Ziel. Das Ziel ist aber, das zu vermeiden. Das Ziel wäre schon, also mein Ziel wäre es, dass alle Frauen ohne Angst über die Straße gehen können. Na klar, aber das ist halt nicht realistisch. Darum geht es ja überhaupt nicht. Auch wenn man ein Gesetz so schreibt, geht es auch nicht darum, dass alle sich daran halten, aber dass sich die meisten eben daran halten und so viele wie möglich. Aber auch wenn du 100 Milliarden Mal über die Straße gehst, ist es schon gelohnt, wenn du es einmal verhindern konntest. Darum geht es ja. Ja, aber was heißt es, du kannst es verhindern, nur weil du jetzt dein Handy dabei hast? Ob du jetzt, wenn du angegriffen wirst, hast du ja eh deinen Reflex, entweder was zu machen oder nicht. Ja, aber es erhöht die Hemmung eines potenziellen Täters, wenn eine Frau am Telefon ist zum Beispiel. Ja. Und das würde sie nicht machen, wenn sie diese Awareness nicht hätte. Das kann schützen. Davon gehe ich ganz stark aus. Ja, das Telefon ist jetzt... Und ich finde, die Lebensenergie ist doch, also finde ich, halt in dem Kontext sehr perfide, weil die Frau wird sich dann nicht irgendwie ärgern, wenn sie sagt, irgendwie, mir ist nie was passiert, sondern sie kann halt dann sagen, gut, es ist mir nicht passiert. Vielleicht hätte sie halt in der Zeit lieber Gameboy gezockt, statt so zu tun, als würde sie telefonieren. Ja, wenn es aber ihr Leben schützt, dann würde es egal sein. Nein, ich wollte dir das nur erklären, dass das meine grundlegende Haltung ist, dass ich das... Aber es ist doch anekdotisch. Ich weiß auch, dass du in Ordnung bist, dass ich hoffentlich in Ordnung bin. Ja, und ich weiß auch, dass Übergriffe passieren und das ist scheiße. Ja, aber es hilft einem ja nicht weiter. Ich war ja auch lange Zeit so, ich denke über mich nach, wie ich mich verhalte. Von mir müssen auch Frauen keine Angst haben. Aber das wissen die nicht. Die kennen nicht Tino, die kennen nicht Robin. Ja, und dann bist du durchgepeitscht, wenn du die Straße wechseln musst, obwohl du so anständig bist. Ich bin nicht durchgepeitscht, ich sehe das und denke, okay, ich weiß, einfach um mir keine Angst zu machen, mir ist es eh egal, ich gehe kurz über die Straße rüber. Ist doch kein großes Ding. Ja, es ist auch kein großes Ding. Ich finde es auch grundsätzlich nicht schlimm, dass du das machst. Das ist einfach... Ich möchte das Wort Schade nochmal in den Raum werfen. Ja, es ist schade, aber es ist schade für mich, es ist schade für die Menschheit. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist nicht schade in dem Sinne, dass es... Es ist nicht schade, weil du musst das jetzt machen, sondern dass du diese Gefühle in dir hast, die dich bewegen, das zu tun, ist schade. Es ist schade, keine Frage. Da sind wir uns ja einig. Gut. Ich will trotzdem den fremden Mann und will nicht vom Bär zerfleischt werden. Ich nehme Winnie Puh. Okay. Wo wir gerade von Frauen sprechen. Ja. Lass das ganz kurz mal. Caroline Kostner hat uns ja richtig weggenatzt. Ja, ja. Jetzt hast du mich ja so zum Fan gemacht von ihr. Wir haben die auch hier mal vor zig Jahren im Podcast erwähnt. Wir haben sie groß gemacht, kann man sagen. Wir haben sie groß gemacht, als sie damals noch 15 war oder so. Sie ist amerikanische, glaube ich. New Yorkerin, die auf YouTube coole Videos gemacht hat. Sehr ironisch. Also genau meinen Humor getroffen hat. Die witzigste 15-Jährige, die ich je gesehen habe auf jeden Fall. Also mittlerweile nicht mehr. Aber damals, die hat halt so... Prom war, glaube ich, so ihr beliebtestes Video. Ja. Take me to prom. Ich mochte I don't care that you... It's your birthday oder so. So ein Anti-Geburtstagslied fand ich richtig gut. Und jetzt macht sie ja auch eine Zeit lang irgendwie Comedy im Fernsehen, glaube ich. Kann sein. Deswegen hat sie auch bei YouTube aufgehört. Und es war lange von ihr nichts zu hören. Und du schickst mir eines Morgens oder nachts, weiß ich gar nicht mehr, wann das war, einen Link zu einem Video von ihr, wo sie halt sagt, dass sie jetzt schwanger ist. Ja. Und hat ein sehr authentisches Video dazu, wie ich finde, gemacht. Wie sie auch reagiert drauf. Das Ding, Alter. Ihre ganze Art ist einfach fucking clever. Die geht so in eine leichte Richtung, wo ich diese Gefühle kriege von... Ich bin ein bisschen sauer, dass ich das nicht gemacht habe. Dass du schwanger bist. Nee, aber das ist halt so... Ja, das ist schon... Die actet erstens gut und zweitens hat die halt... Die hat einfach so eine clevere Art, diese Dinge aufzuziehen. Sie schafft es zu ziehen. Sie schafft es echt, authentisch zu sein. Es gibt ja auch so Frauentausch und so, die auch versuchen, authentisch zu sein oder so. Oder irgendwelche auch satirische Formate manchmal. So verstehen sie Spaß und so. Die versuchen, authentisch zu sein, dass es echt aussieht. Aber es wirkt immer gekünstelt. Und sie schafft es irgendwie, das echt, echt aussehen zu lassen. Obwohl es halt überhaupt nicht echt ist. Und wir sind ja auch drauf reingefallen, dass sie schwanger ist. Also ich habe einen Kommentar gesehen, der hat gesagt, dieser Kanal hat mich so hart gegasleitet in den Jahren. Ich glaube hier gar nichts. Und das war so das Einzige. Wo ich dachte, hm, was ist denn das? Habt ihr auch gelesen? Aber ich dachte mir, nee, komm. Das sah so authentisch aus. Und so auch die Reaktion sah sehr echt darauf aus. Was sie jetzt damit plant. Und ich war enttäuscht von ihr. Als ich dachte, dass sie jetzt so Schwangerschaftscontent macht, dachte ich mir so, es wird sie auch zu so einer. Das will ich überhaupt nicht sehen. So eine Baby. Da war ich schon kurz davor, auf die Abo zu klicken. Aber dann kam mir die Erlösung. Ja, sie hat nämlich geschrieben, I lost the baby. Also atmet auf. Die junge, ich glaube 20-Jährige mittlerweile. Caroline hat ihr Baby verloren. Nein, sie hatte nie eins. Da hat sie uns aber richtig dran gekriegt. Und das ist, also zum einen ist das so ein, so ein, oh, da will ich auch schon wieder reinschlagen. Mit meinen männlichen Hassfantasien gegen Frauen. Und zum anderen denke ich mir, Alter, das ist einfach so gut. Sie promotet halt ihren fucking Patreon-Account. Es ist halt wirklich, es ist so fucking dreist, Alter. Das war auch ein bisschen shady, das macht die aktuellen. Auf jeden Fall. Aber ich fand es irgendwie auch kreativ, weißt du, andere machen andere Sachen, die bewerten ihr Onlyfans und tun so, als würden sie ja wie Clips drehen. Aber es passt ganz gut in unsere letzte Diskussion, weil sie sagt halt, ja, als ich groß geworden bin, war ich 15 und habe täglich Nachrichten bekommen, wobei ich das auch fast für eine Übertreibung vielleicht halte, aber sie hat täglich Nachrichten bekommen, dass sie doch vergewaltigt werden will von diversen Zuschauern und so und dass das mit ihr was macht. Und sie, also dieses I lost the baby Video ist auch, es ist nicht nur einfach, haha, ich habe euch verarscht, sondern es geht halt in so einen Meta-Bereich rein, wo sie sagt, dass es so eine, so ein, so ein künstliches Miteinander gibt, ja. Aber eigentlich ist weder sie für uns real, noch sind wir für sie real. Und das wird da eigentlich ganz geil aufgetröselt und deswegen verzeihe ich ihr dieses Patreon-Heim-Tückische. Ja, aber ja, also sie macht jetzt wieder mehr Videos. Ist ein bisschen Nische, weil kennen ja wahrscheinlich nicht so viele von den Zuhörern. Aber gerne auschecken. Hat jetzt auch nicht, also es hat schon große Wellen geschlagen, das erste Video hatte auch irgendwie 900.000 Aufrufe oder so, ich bin schwanger. Das jetzt weniger, aber ja, sie hat das Baby verloren. Ich finde ihr Nachnamen immer so schwierig zu merken, Caroline Konstnar. Ja, nicht Kostnar oder so der Kostar, sondern Konstnar. Weird. Ja. Konnte ich mir schwer merken am Anfang. Du hast mir auch damals Billie Eilish gezeigt, das weiß ich noch, als wir hier saßen. Stimmt. Aber nicht mal Bad Guy, irgendein anderes, glaube ich, hast du mir gezeigt. Vielleicht, wo so die schwarzen Tränen aus ihrem Auge rauskommen oder so. Hast du gesagt, dass sie richtig geil ist, so cool ist und die wird groß werden und so. Ja, ja. Du hattest recht. Das war ein Ding, das war ein Ding auf jeden Fall, wobei die also, selbst da waren, 2018 oder so, war die schon nicht klein, sag ich mal. Ich glaube, 2017 hat sie angefangen, aber ja. Also, aber nicht so groß, wie es jetzt ist. Es wurde hier im Brennpunkt erwähnt und dann kam nämlich Bad Guy und das war so ihr richtig großer Durchbruch dann, glaube ich. Wer auch einen Durchbruch geplant hat, war Fresh Torge. Denn der wollte beim ESC mitmachen, dieses Jahr hat sich von Freundschaft beworben. Oh, sag's mir nicht, pass auf, der macht einen Song als Frau verkleidet mit so einer komischen Stimme. Nein. Nein. Er macht aber einen Song, der echt ESC-tauglich ist, wie ich finde. Er heißt The Way I Dance. My Girlfriend Hates The Way I Dance. Und es ist echt ein cooler Song, witzig gemacht. Typische Torgeart halt, ne, so ein bisschen, ein bisschen. Das ist für mich ein Oxymoron. Ich weiß, ich weiß. Witzig und typische Torgeart. Das passt nicht zusammen. Er hat so eine Perücke auf irgendwie, ne, und fährt Auto. Er hat so ein Klitzel. Er hat eine Perücke auf. Fährt im Auto und dann sitzen verschiedene Menschen in seinem Auto drin, Feuerwehrfrauen und Krankenschwestern, wie auch eine Dragqueen und so, und singt halt diesen Song mit ihm. Und am Ende kommt halt eine große Twist, wie seine Frau ihn dann doch tanzen sieht und sagt, oh, ich hab dich grad tanzen sehen und es ist ganz nett. Dann singt er halt, my girlfriend loves The Way I Dance und so. Also typische Torgeart, aber echt witzig gemacht, cooler Song, sympathisch. Hätte ich viel lieber gesehen als Isaac Newton, wie der heißt, der jetzt für uns antritt. Also, Fresh Torge, The Way I Dance, geiler Song, muss man sagen. Ich finde ihn gut, sympathisch. Machst du den in die Playlist, dann musst du es schnell machen. Nein, nein, keine Ahnung, das mach ich nicht rein. Also, nur als Erklärung, ich finde Fresh Torge, das ist bestimmt ein ganz netter und so. Wobei, bei dem würde es mich nicht überraschen, wenn da irgendwelche creepy Details irgendwann mal rauskommen. Aber egal. Ähm, nee. Nee, das ist wirklich nicht. Er kriegt für mich den Feini-Stempel. Ich weiß, er hatte von mir Talente mal auch gehabt früher, aber der wurde ihm wieder entzogen. Ich glaube, dass Fresh Torge echt so ein sauber Typ ist. Also, Fresh Torge, ich verstehe das einfach nicht. Der ist seit 15 Jahren dabei im YouTube-Business und seine Zuschauer werden älter, aber feiern weiter diesen fucking 10-jährigen Kinderhumor. Aber er macht ja auch Fernsehen, er macht Familienhumor einfach. Ganz schlimm. Seine Fernsehsendung habe ich ein, zwei Folgen gesehen. Einsame Herzen. Ja, Alter, fürchterlich. Ich habe es geliebt, ich finde das witzig. Oh, Tino. Ich finde das witzig. Es ist halt mal leichte Kost. Leichte Kost, die man... Also, ja, das ist wie Essig trinken. Das ist auch gar nicht leichte Kost, man muss nur trinken. Nee, aber es ist halt mal nicht so dieses krass so obendrauf Pimmelwitzes, es ist einfach mal so familienfreundlicher Humor. Ich finde da auch nicht alles geil, was er macht. Ja, aber er macht manchmal so Figuren, wo er einfach lachen muss und so. Und das ist schon süß. Und einfach herzlich. Fresh Torge hat einen Platz in meinem Herzen. Wie Vegan Boning. Das sind so Leute, die sind einfach lieb. Die machen nichts Böses. Jetzt weiß ich also, wer diese Fresh Torge-Fans sind. Zum Beispiel ich. Zum Beispiel ich. Also, Sandra ist auch nicht jetzt mein Ding. Sie ist Sandra so. Die Figur ist für mich gestorben schon lange. Es ist halt auch immer wieder das Gleiche. Ja, er verkleidet sich als zwei alte Frauen, die dann komisch über den Zaun reden. Ja, nee, nee. Ja. Ich finde das witzig. Es ist doch immer das gleiche Programm. So ein bisschen. Aber ja, ich finde es schön, dass er vielseitig ist. Aber ich finde ihn witzig. Auch die Songs sind immer gut. Sandra, die Nummer eins. Es sind einfach Banger-Songs, muss man sagen. Also, das, was ich persönlich witzig finde, ist Prime Minister ehemals Boris Johnson. Der wurde von der Wahlkabine weggeschickt, weil er seinen Ausweis vergessen hat. Das ist ziemlich witzig. Es war doch Karl Kühl bestimmt wieder. Nein, ich glaube nicht, dass er den vergessen hat, sondern er hat sich gedacht, hey, jeder weiß, wer ich bin. Was brauche ich meinen Ausweis? Let's go. Nee, ich finde seine Politik fürchterlich. Aber er ist sehr lustig. Ich glaube, er versucht wirklich so ein bisschen, so ein Typ von dem Mann zu sein, der ein bisschen weird ist und zerzauste Haare hat und so und auf dem Trampolin springt mit zwei England-Fahnen und einfach lustig aussieht. Ich finde so diese Art von ihm ganz witzig. Und ich finde auch, es wirkte wie so ein PR-Stunt jetzt, das weggeschickt worden ist. Von wegen, es kann einem mal passieren, dass man seinen Ausweis vergisst. Dann gehst du halt zurück und bringst ihn wieder hin und wählst halt. Und es kann auch so gemeint sein. Klar habe ich gar nicht drüber nachgedacht, kann auch sein, dass er einfach arrogant ist und meinte, man weiß, wer ich bin, ich brauche doch keinen Ausweis. Das wäre scheiße. Aber ich finde es auch irgendwie so verpeilt, sehr witzig. Aber es ist kein Grund, ihn zu wählen, weil er einfach ein Trump ist und einfach ein Vollidiot ist und rechte Politik macht. Nun. Aber an sich finde ich, ich finde es einen witzigen PR-Stunt. Wirkt es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, ob es ein kalkulierter PR-Stunt ist. Wirkt es so. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ach so, ja, guck mal, da muss ich jetzt ganz kurz. Das ist wichtig, weil das Internet ist da in Wallung. Aber ich versuche das jetzt zusammenzufassen und mein Wissen ist sehr beschränkt. Also, Kendrick Lamar hatte ein Feature, also war ein Feature auf dem Song Like That, auf dem Album von We Don't Trust You. Ja, von Future und dem Produzent Metro Boomen. Kenn ich nicht. Und in Kendricks Part in diesem Song sagt er, Motherfuck the Big Three. Ja, die großen drei sind hiermit gemeint, die großen drei im Hip-Hop der Zehnerjahre. Eminem, 50 Cent, Usher. Drake, J. Cole und, ähm, keine Ahnung. Ach, der Zehnerjahre. Der Zehnerjahre. Also, von 2000 bis 2010 dachte ich jetzt, aber nee, okay. Aber dann Drake, das ist klar, okay. J. Cole und, weiß ich nicht. Naja, wie dem auch sei. Drake hat dann geantwortet und zwar hat er einen Song veröffentlicht, der heißt Taylor Made Freestyle und hat da aber einen KI-Tupac mit reingepackt, was erstmal ein bisschen uncool ist, ja, KI, ne. Nicht ein bisschen, ja. Und hat dann Kendrick Lamar gedisst in diesem Song mit Tupac zusammen. Ja, das finde ich ist ein bisschen so Handpuppen mäßig, weißt du. So ein bisschen niemanden beleidigen wollen, aber du hast halt dann eine Figur, auf die du schieben kannst. Ja. Und, äh, The Tupac Estate hat auch, äh, jetzt geklagt dagegen, weil er es einfach verwendet hat. Ja. Das geht so nicht, hallo. Muss man fragen vorher. Und, äh, Kendrick Lamar wiederum hat geantwortet und hat einen neuen Song diese Woche rausgehauen, der Euphoria heißt. Euphoria. Das ist ein 6-Minuten-Diss, der Drake sowas von in den Boden gestampft hat. Und deswegen ist das das Ding der Woche. Okay. So. Ich bin begeistert. Also, das ist wie damals, äh, als Eminem irgendwen beerdigt hat, ich weiß gar nicht mehr wen. Bin laden. Oder als hier in Deutschland das Urteil von Cool Savas rauskam. So krass. Okay. So krass ist das. Jetzt verstehe ich das. Also, der Drake wird sich davon nicht mehr erholen. Der wird sich jetzt richtig am Boden bleiben und tot sein. Ich habe von Drake, glaube ich, noch keinen Song so richtig gehört, aber ich weiß, dass er halt sehr groß ist. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass du von Drake etliche Songs gehört hast und nicht wusstest, dass er daran beteiligt ist. Ja, so ähnlich wie Kanye West. Ich kann auch von dem es keinen Song nennen, aber ich habe den selbst schon mal irgendwo gehört oder so, neben dem Ayra. Es ist auch überhaupt nicht meine Welt. Es tut mir leid an alle Hip-Hop-Fans da draußen. Ihr wollt euch gerade wahrscheinlich ein Messer in die Brust stechen. Oder uns. Oder uns, ja. Aber ich habe es immerhin erwähnt, dass die ganze Welt jetzt durchdreht, weil das so ein heftig, epischer Diss ist. Ja, man kann auch vorher fragen, wie die Verbliebenen, wenn du schon eine KI benutzt, ne. Klar, wenn du jetzt irgendwie so ein YouTube-Video machst und nimmst irgendwie Merkel und Drachenlord, wo du halt weißt, das sind irgendwelche Fakes und so, das ist irgendwie zum Spaß. Aber wenn du ernsthaft so ein Tupac-Feature und deinen Song einbaust und dann eine KI benutzt, ist es schon sehr lame. Meine Meinung. Kendrick Lamar, Euphoria, 11 Millionen Aufrufe. Kenne ich auch nicht Kendrick Lamar. Keine Ahnung. Ja, aber das, im Ding geht es gerade. Ah ja, ich weiß, aber ich kenne den nicht. Das ist der Zerstörer. Ich kenne nur Lamar von GTA 5. Und gibt natürlich dann auch so ganz viele Reaction-Videos, wie die Leute sich das anhören und so, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh fuck, Alter, der hat gerade einen Reim gemacht und jetzt ist der tot. Die halten so ihre Faust vor den Mund und machen so, oh. Ja, exakt. Ich habe es erwähnt, das ist ein großes Ding. Ja, geht auf jeden Fall nochmal ein Viertelpunkt heute für die Endbewertung. Was auch jetzt mehr bekommt, das sind Lehramtsstudierende in Thüringen. Das fand ich eine ganz spannende Nachricht. Denn wir haben ja einen Lehrkraftsmangel in Thüringen und überhaupt im ganzen Land. Auf Wort. Ja, es hat nämlich die rot-rot-grüne Minderheitenregierung in Thüringen beschlossen, dass Lehramtsstudierende ein Gehalt bekommen. Das ist relativ ungewöhnlich. Du wirst ja für ein duales Studium durchaus bezahlt, da wird ja vieles übernommen und so. Aber so ein Lehramtsstudium für Geld ist etwas Einmaliges. Und das kann man ab Mai jetzt quasi in Anspruch nehmen. Man kann sich jetzt ab Mai bewerben für ein Lehramtsstudium und bekommst ein Gehalt von der Regierung. Für mehr Lehrkräfte. Dann werde ich jetzt wohl doch noch Sportlehrer. Mach das. Die suchen Geld. Es hat ein aktuales Studium jetzt geworden. Das ist etwas, was ich vorhin noch nicht kannte. Fand ich eine coole Sache. Ja, Lehramtsstudierende, den müssen wir auffangen, weil wenn wir Lehrermangel haben, haben wir dann auch intelligente Schülermangel irgendwann. Und intelligente Schülermangel machen dann dumme Sachen und dumme Sachen ist nicht gut. Was auch dumme Sachen waren, die gemacht wurden, waren Demonstrationen in Hamburg. Und zwar von Islamisten. Ach so, Stimmen, die das Kalifat gefordert haben. Genau, da wurde das Kalifat als Lösung gefordert und Allahu Akbar rufe. Was sagt denn der Utopist und der Optimist und der Hoffnungsträger Tino dazu? Nein, das natürlich gar nicht geht. Man darf nicht den Glauben verfallen, weil man irgendwie für eine multikulturelle Gesellschaft appelliert, dass man irgendwie auch irgendwelche fundamentalistischen Kräfte von Muslimen tolerieren muss. Das ist ja immer so ein Missverständnis. Ich höre das ja auch ganz oft von wegen, na guck da, hier die wollen Kalifat, deine bunten Leute hier in Berlin. Da sage ich aber, bin ich auch dagegen. Also ich bin auch beim Thema, was war es, Kopftuchgeschichten. Ich bin weder für eine Pflicht noch für einen Zwang. Also nur weil ich halt sage, dass das Frauen selbst entscheiden sollen, sage ich ja nicht, dass das Frauen machen müssen, die im Islam sind, dass sie ein Kopftuch tragen, aber dass sie sich frei entscheiden dürfen. So ist es ja nämlich auch. Ich finde, dass das muslimisch sein, finde ich genauso wie alle Religionen auch. Ich finde es für mich jetzt nicht sinntragend. Ich brauche keine Religion. Aber wenn Menschen sich entscheiden zu glauben, ist es halt ihr Ding. Aber sobald es fundamental wird, egal welcher Religion, egal welchem Glauben, geht es halt in eine Richtung, die ich auch nicht gut finde. Weil das Kalifat oder weil halt der Islamismus ja auch wie Rechtsradikalismus funktioniert. Nämlich sie haben eine Ideologie, die auf eine Gleichheit geprägt ist. Die lehnen nicht ab. Und deswegen finde ich es zu kritisieren, dass diese Muslime dort auf die Straße gehen, das zu machen. Aber ich bin dagegen, alle Menschen, die muslimisch sind, in einen Topf zu werfen. Und jetzt irgendwie zu brüllen, der Islam gehört nicht zu Deutschland oder man müsse den Islam härter bekämpfen, finde ich nicht. Man sollte den politischen Islam bekämpfen und das politische Christentum aber genauso. Zum Beispiel. Ja, oder Religion generell abschaffen, das fände ich eigentlich auch ganz cool. Das heißt abschaffen. Also ich finde halt, klar, die gehören für mich auch ins Museum. Ich finde auch, dass es Quatsch ist. Für mich selber. Aber es gibt Menschen, die ziehen halt ihre Kraft daraus, ihre Motivation zu leben und so. Es ist ja auch ein Opium irgendwie. Aber ich finde halt, Glaube gehört nicht in die Politik, nicht in die Behörden, nicht in die Schulen. Macht es für euch privat. Auch gerne Kirchen, Moscheen bauen, Synergogen bauen. Selbstverständlich macht das doch alles. Auch ich gebe gerne einen Euro dazu, wenn ihr eure Moschee oder irgendwas bauen wollt. Auch wenn ihr eine Moschee auf eine Kirche draufbauen? Auch gerne irgendwie stapeln, von mir aus. So als Multifunktionsglaubensheilen. Macht alles so. Aber sobald die anfangen, irgendwie scheiße zu labern, labern sie halt scheiße. Das wäre ja eigentlich mal ein geiles Konzept, oder? Die Multikirche. Gibt es. Es gibt Multifunktionshäuser, Gebetshäuser, wo man halt für verschiedene Sachen glauben und beten kann. Das gibt es schon. Und es gibt ja auch durchaus muslimische Gemeinden, die, ich weiß gar nicht, wie rum es war, die jüdische eingeladen haben, damit sie in ihren Moscheen beten können, Ruhe zum Beispiel. Zuviel zum Thema, dass der Islam immer antisemitisch ist. Es gibt durchaus auch muslimische Gemeinden, die lassen jüdische Leute unter ihrem Schutz halt dann ihre Gebete ausüben. Aber passiert das hier in Deutschland oder passiert das in den sehr muslimischen Heimatländern? Da nicht. Da reden wir wieder vom politischen Islam. Darum geht es ja nicht. Das will ich ja nicht fördern. Ich will einfach nur fördern, dass Menschen den Glauben ausleben können. Deswegen vorteile ich diese Wichser, die da aufgelaufen sind und sage, ey, es ist überhaupt nicht geil, irgendwie politisch da den Islam durchzudrücken. Das funktioniert nicht. Das große Problem ist ja, dass die frustrierten Leute wegrennen mit AfD und anderen Rattenfängern, weil da nichts gemacht wird. Und das ist... Das stimmt ja nicht mal. Naja, pass mal auf, also die haben da ja schon weiterhin erfolgreich demonstriert. Und wenn da jetzt irgendwie 1100 Nazi-Klatzen auftauchen würden, die laut schreien würden, wir wollen jetzt das Vierte Reich und macht die Demokratie tot, das passiert ja nicht auf AfD-Demos, da wird ja gesagt, wir wollen die Ampel weg und so. Das ist ja was anderes. Dann wird aber sofort hart durchgegriffen. Und da ist es jetzt aber so, dass ja auch, wie heißen die, Muslim interaktiv, die seit 20 Jahren irgendwie beobachtet werden als gesichert extremistisch und so, dass die dahinter stecken und das mitorganisiert haben und es trotzdem quasi weitergelaufen ist und die da normal demonstriert haben. Und das ist so das kleinste, das loweste Bar, wo man sagen kann, ey, da greifen wir jetzt aber mal ein. Und dass das nicht passiert, das ist ja wirklich Feuer oder Öl ins Feuer von den ganzen Leuten, die sagen, oh ja, traut euch nicht, irgendwas zu machen und so. Nö, das ist doch eigentlich ein Zeichen für die Demonstrationsfreiheit in Deutschland. Das ist aber, also wenn man das ausruft, heißt es offensichtlich, dass du Demokratie abschaffen willst. Ich wollte es gerade relativieren. Das zeigt erstmal, dass man nicht sofort alles niederknüppelt, was irgendwie, wie soll ich das ausdrücken, was irgendwie gefährlich und schwierig ist. Das wird immer erstmal abgewogen, beobachtet, das war es ja bei den Corona-Demos auch, wo ich auch ganz hart irgendwie... Ja, aber beobachten ist halt beobachten, weißt du, Merkel hat 16 Jahre lang beobachtet. Ja, aber die AfD wird ja auch beobachtet seit längerer Zeit, obwohl die halt schon in vielen Zügen eindeutig rechtsextrem sind und den Staat abschaffen wollen, aber trotzdem ist man erstmal vorsichtig, weil eben eine Demokratie auch irgendwie viel aushalten muss. Aber irgendwann gehe ich auch mit, muss durchgegriffen werden, auch beim radikalen Islam, keine Frage. Auch diese Demo hätte vermutlich aufgelöst werden müssen, das sage ich ja auch. Aber ich finde es erstmal gut, dass man da vorsichtig ist. Ich finde es ja auch okay, dass irgendwelche Faschos aufmarschieren. Das können sie auch erstmal machen prinzipiell, aber wenn man irgendwie doch merkt, es geht ja eindeutig gegen die Verfassung, dann muss man aber auch irgendwann mal sagen, nee Leute, das war jetzt zu viel, jetzt muss man es auflösen und verbieten. Na klar. Aber dass man eine gewisse Vorsicht hat, kann ich auch nachvollziehen. Ja, also wie gesagt, sobald da irgendein Spruch fällt oder ein Plakat gehisst wird, das offensichtlich die Demokratie abschaffen will, dann geht es halt nicht, weil, ne. Klar ist es schwierig. Wichtig, Grundgesetz ist. Da muss man durchgreifen, das sehe ich ganz genauso. Aber es darf halt niemals dazu führen, dass man irgendwie sagt, guck mal hier, Bundesdeutschland funktioniert nicht wegen denen. Das ist Quatsch. Ja, aber das sagt ja keiner, weißt du. Doch, sagen halt Leute. Es gibt ja Leute, die... Ja, aber ich meine in dem Fall jetzt gerade bei, hey, die wollen Demokratie abschaffen, lass das mal bitte nicht machen. Ja. Da sagt ja keiner, die ganzen anderen Millionen, bis Louis Lieber, wollen die Demokratie abschaffen, sondern diese 1100 Hanseln in Hamburg. Ja. Naja. Es werden noch mehr sein, keine Frage. Es gibt einen französischen, ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ich habe hier noch ein bisschen was. Es gibt einen französischen großen Report, der sagt, Kinder bis 13 sollten auf keinen Fall Smartphones haben. Was teilweise für mich eigentlich ein No-Brainer ist, aber natürlich in der Praxis passiert das nicht, weil das Smartphone ist einfach, oder das Tablet auch, ist natürlich das perfekte Tool, damit die Kinder die Schnauze halten und man seine Ruhe hat. Es ist vor allem ein Teilhabethema, also ich meine, ich bin ja ein Pädagoge und ich befasse mich auch mit solchen Themen auch beruflich und es ist halt auch ein Teilhabeding. Also klar kann man immer sagen, irgendwie die besten Eltern geben, die Kinder dann erst mit 14 ein Tablet oder mit 16 erst ein Tablet, aber das ist halt oftmals... Ja, 13 ist ja okay, aber muss man jetzt in der Grundschule ein Smartphone haben? Es ist halt das Ding, es ist halt in der Praxis problematisch, wenn alle in deiner Klasse so ein Ding haben, bist du halt raus. Es ist halt einfach die Praxis. Also wenn in der Grundschule alle Kinder wirklich schon ein Smartphone haben, na dann gute Nacht. Also das ist, finde ich echt was. Aber es ist zum Teil so, klar. Es ist auch von der Region abhängig und so weiter. Aber ich kenne auch Grundschulen, wo halt die Kinder zum großen Teil Handys haben und Hablets haben. Aber dieser Report, dieser steht jetzt leider nicht dabei, wie der genau heißt, aber ihr findet das schon, wenn ihr es googelt, wenn es euch denn interessiert. Da geht es gar nicht darum, dass die Technik an sich irgendwie so ein Problem ist, sondern es geht explizit darum, dass die Werbung immer mehr predatory wird und die Kinderhörne so kaputt schießt mit ihrem gezielten... Man hat das ja im soften Moment mit der Quengelzone vor der Kasse, wo die schön bunten Sachen nochmal sind, damit die Kinder sagen, Mama, ich will das hier nochmal und das halt mal 1000 macht Werbung auf Smartphones und das kann ich schon sehr nachvollziehen. Und man denkt halt, man ist da so immun, auch als erwachsener Mensch, aber trotzdem... Also ich habe für mich in mir so alles, was Werbung ist, da sage ich direkt erst mal jetzt erst recht nicht. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich immun dagegen bin. Ist man auch nicht. Und das ist halt die große Frage, was in Zukunft passiert. Vielleicht ist es jetzt auch wieder so ein konservativer Ding, dass man sagt, ey, Handys für Kinder ganz, ganz schlimm und böse, böse. Aber vielleicht ist es irgendwann normal und man merkt irgendwie, nee, es ist gar nicht so schlimm. Man muss einfach nur den richtigen Umgang damit lernen und auch beibringen den Kindern. Wer weiß. Ich sehe es auch aktuell kritisch, dass man halt Kinder irgendwie vor die Klotze setzt oder vor das Tablet setzt und damit sie ruhig sind. Und da habe ich auch meiner Familie Leute irgendwie so entfernt, die dann ihre Kinder irgendwie während des Essens am Tablet lassen, was ich auch nicht gut finde. Aber wer weiß, wie es ist noch entwickelt, ne? Ich wollte euch doch daran erinnern an zwei wichtige Ereignisse. Ich bin ja jetzt nächste Woche nicht da. Ich fahre jetzt in Urlaub, ne? Deswegen werde ich wahrscheinlich vertreten nächste Woche. Davon gehe ich vielleicht zumindest aus. Ist das dein Falco-Trip? Ich bin jetzt in Wien für eine Woche, genau. Und am 11.5. ist ESC. Die sind nicht verpassen wollen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte nochmal in den Raum werfen, dass ich das Gefühl habe, dass du alle drei Monate vom ESC sprichst. Der ist ja nur einmal im Jahr. Das ist der Mandela-Effekt oder so. Es fühlt sich so viel öfter an. Das ist unfassbar. Und Muttertag am 12.5. Vergesst dich auch, Mütter ein bisschen was Schönes zu kaufen oder eine Freude zu schenken. Irgendwie ein Ausflug, Blumen, Schokolade, irgendwie was Schönes. Einfach mal eine schöne Nachricht schicken. Nur als Erinnerung, weil ich kenne das von mir, ich vergesse es jedes Jahr. Und dann ist es der Tag und dann muss ich ganz kurz irgendwo hinrennen und was Schönes besorgen oder eine Nachricht schreiben. Und da ich jetzt halt in Wien bin an dem Tag, habe ich halt was bestellt, was ich verschicken will. Liebe Leute, es ist ein Sonntag. Deswegen an dem Tag werdet ihr nichts mehr finden aus einer Tanke. Geht einen Tag vorher Blumen holen oder so und schenkt die euren Müttern. Als Erinnerung, ganz kurz. Ich habe immer die Angewohnheit, Flieder zu klauen an einer bestimmten Stelle und meiner Mutter zu geben. Auch schön. Es ist eine Aufmerksamkeit. Ja, das ist wichtig. Außerdem hat ein geheimes Dokument, was jetzt veröffentlicht wurde, ausgesagt, dass die iranischen Sicherheitskräfte, die mittlerweile, ich glaube, über ein Jahr tote Nika Shakarami, geiler Name, by the way, wahrscheinlich, ja, missbraucht, also vergewaltigt heißt es nicht, aber in irgendeiner Form missbraucht und umgebracht haben. Das war ja eh immer schon die Vermutung, dass es jetzt bestätigt, die kennst du vielleicht auch. Es war so eine dunkelhaarige, ja gut, offensichtlich dunkelhaarige 16-Jährige, die sich gegen den Staat ausgesprochen hat. Doch dann fing ja irgendwie alles so ein bisschen an, die Revolte. Und jetzt ist es halt eigentlich bestätigt, dass die vor ihrem Tod nochmal fett wegmolestet wird, was auch immer das genau heißt, das ist jetzt nicht ganz klar, aber schwierig. Das ist so schlimm, ey. Ich raff das nicht, diese Unkultur von, erstens, ich muss Menschen umbringen, töten, die nicht meine Meinung sind und dann auch einfach, weil es Frauen sind, sie zu vergewaltigen. Ich finde das so schlimm. Macht. Raff ich nicht. Raff ich nicht. Außerdem macht, die USA haben jetzt bestätigt, dass Russland chemische Waffen verwendet, die verboten sind, wo ich mir denke, okay cool, der ganze Angriffskrieg war ja eigentlich schon nicht konform mit irgendwelchen Rechten. Jetzt nehmt da auch noch Waffen, die verboten sind. Schocker. Naja, es hat so nochmal eine Relevanz für dann danach, wenn irgendwie der Krieg vorbei ist und so, da gibt es auch Kriegsgerichte. Da wird dem Putin aber mal ordentlich auf die Hand gebatscht. Na hoffentlich, ey. Wenn der mal vor den Haken landet, da bin ich echt zufrieden. Der kommt an den Haken. Ja, vielleicht. Ja, und das große andere Thema noch natürlich, was uns alle bewegt, ist der Palästina-Israel-Konflikt. Wir können es alle nicht mehr hören. Aber diese Woche ist das schön eskaliert in den USA. In den USA noch her, ja. Es gab die ein oder andere Uni, wo die pro-Palästina und nicht pro-Hamas, möchte ich betonen, Demonstranten niedergeknüppelt wurden. Also die pro-Israel-Leute sind die, die die Aggression gestartet haben. Also es wurde friedlich demonstriert, auch durch diverse Doktoren von der Uni und so. Und die wurden einfach verprügelt und rumgeschmissen. Der eine Professor hat einen Rippenbruch, die Hand gebrochen, obwohl der einfach nur da rumgestanden hat. Und das ist eine kleine Eskalation. Das ist natürlich auch wieder Öl ins Feuer. Und also zumindest ein bisschen demonstrieren. Und in der Geschichte der Vereinigten Staaten gab es ja so viele Proteste irgendwie gegen Vietnam und so, die dann hinterher... Heute sagt jeder, hey, der Vietnamkrieg war ein großer Fehler, ja. Aber damals wurden die ja auch niedergeknüppelt und seid ihr bescheuert dazu. Stonewall, Riots, alles das Gleiche. Damals war es alles ganz schlimm. Heute weiß man, okay, das war schon notwendig, dass mal Steine geflogen sind auf die Bullen. Ja. Und wenn man sagt, hey, wir finden es nicht so geil, dass die israelische Politik so viele unschuldige Leute mitreißt. Ja. Und das wird auch nicht gerechtfertigt durch irgendwie... Die Hamas nehmen die als Schutzschilde. Dann zumindest mal sagen, hey, also weil die USA das ja auch aktiv unterstützt, ne. Also deswegen ist das da so groß. Ich habe jetzt die genauen Inhalte nicht gelesen oder mitbekommen von der Demo. Ich weiß nur, dass es halt pro Palästina war. Aber ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das geht. Weil es gibt ja durchaus auch pro Palästina Demos, die schon auch in den Antisemitismus umschwenken. Sagt man nicht vergessen, geht es eben auch, ne. Aber es ist eben auch nicht nur, also gerade diese Geschichte von uns, also ich weiß ja auch von aus meinen linken Kreisen, dass die Linken in Deutschland sehr auch pro Israel sind. Auf der ganzen Welt positionieren sich die Linken eigentlich eher andersrum, ne. Also so ein bisschen Israel-kritisch, was auch mit unserer Geschichte zu tun hat. Und es ist alles nicht so einfach und nicht so... Ja, das ist schwierig. Diese Frage muss man sich halt mal stellen, wenn man diesen Faktor Judentum da rausnimmt, ja. Und Israel als einen ganz normalen Staat ansieht. Darum geht es genau. Wie würde man das dann plötzlich bewerten? Ja, genau. Das muss man eben auseinanderhalten können. Das können eben viele nicht, ne. Es geht nicht darum, das Existenzrecht Israels zu kritisieren oder irgendwie das Judentum, sondern um die Regierung, um ihr Verhalten. Das können nicht viele auseinanderhalten. Ich muss gleich los tatsächlich, weil ich noch... Ach so. Ja, gar kein Problem. Ich wollte nur zumindest mal zusammenfassen, dass ich das nicht 100% verstehe, weil zum einen sind die Leute da und sagen, hey, Palästinenser, die Unschuldigen, bitte bombt die nicht weg und irgendwelche Krankenhäuser und Kinder und bla. Ja, dann kommen aber die Pro-Israel-Leute, klatschen die um. Das sind aber gleichzeitig teilweise die Leute, die sagen, dieser George Soros und das Judentum steckt dahinter. Also das ist für mich nicht ganz... Die ganzen Lager verschmilzen da so ein bisschen, weißt du? Ja. Weil die... Es sind eher die Rechten, die jetzt auch auf die Pro-Palästina-Leute draufkloppen, ja. Ähm, die aber gleichzeitig ja auch jugendfeindlich sind. Es ist ganz, ganz schwierig. Es vermischt sich da ganz komisch, finde ich. Ja, man... Das ist auch eine schwere Aussage, aber ich glaube, dass der Anti-Islamismus... Noch größer. Das Einzige, was wir noch mehr hassen als Juden, sind Moslems. Ich glaube, tatsächlich ist das bei den Rechten zum großen Teil so, ne. Also es ist ja schon ein Ding. Ja, es ist komplexer als das, was ich gerade gesagt habe, aber auf jeden Fall... Lass uns mal schnell zwischen Tür und Angeln ja noch diesen Juden-Konflikt-Diensten. Ja, es ist schwierig, liebe Leute. Ähm, die Woche fand ich ein bisschen schwach, also aber auch nicht ganz schwach. Ich finde, dass dieses Männer-gegen-Bären-Ding ist schon ein virales Ding gewesen. Das war ein virales Ding, ja. Der virale Hitler, gerne. Das ist keine Eins die Woche, wegen einem Bär. Ich finde, es ist der virale Hitler, der ging sehr viral und war sehr groß. Ein großes Totschlagding auch für viele Argumente. Deswegen würde ich schon auf eine Vier gehen. Ja, würde ich mich anschließen. Mit den Protesten in den USA und den fliegenden Steinen und so. Und auch der Bär-Geschichte. Das ist für mich schon relevant genug. Würdest du lieber in einem Raum sein mit einem Bär oder mit der Bärbock? Oh, Bärbock. Sexist. Da würde ich mich gerne unterhalten. Sexist. Ja, gerne. Hast du einen Song für die Playlist? Wir haben eine Brennholz-Untermusik-Playlist bei Spotify. Ja, die Euphoria. Der ist so geil, wie der alles zerstört. Gegen Drake. Alter, Drake, der wird nicht mehr atmen können. Ach so, Kendrick Lamar, ne? Ja. Hatten wir den gemacht, gegen Drake. Genau, so rum ist das. So, geiler Song. So, Brennholz-Untermusik. Wir haben zwei unterschiedliche Songs in der Playlist drin, liebe Leute. Nämlich haben wir einmal jetzt von Robin einen Song. Mein neuer Lieblingssong. Ohne den gehört zu haben. Von Kendrick Lamar, Euphoria. Und ich habe einen Song wieder entdeckt. Und zwar haben wir gestern im Auto, als wir von Leipzig wieder nach Hause gefahren sind, so ein paar TV-Show-Songs gehört, sowas wie Family Guy und sowas. Und es gibt so eine Folge, wo Peter Griffin Football-Spieler ist und macht halt so einen Touchdown und singt dann so Und ich dachte, es wäre halt ein Song von Family Guy, aber es ist eigentlich auch so ein Musical, was ich nicht wusste. Das Musical heißt The Music Man. Das ist schon übelst alt, ein Broadway-Musical. Und ich mache diesen Song She Poopy rein, weil ich den witzig finde. Okay. Ja, Poopy ist auch, was wir hier gerade... Broadway-Aufnahme. ...Vokal in den virtuellen Äther geblasen haben. Ja. Ja, Wort Poopy. Es waren viele schwere Themen heute. Wir haben die super toll gelöst. Aber was ja auch toll ist. Ich finde, da ja auch manchmal die Kritik oft mal von gewissen Leuten kommt, wir würden hier Kreiswix machen. Ich finde, wir diskutieren schon recht häufig und ich finde es gut, dass wir das machen. Ja. Und jetzt, liebe Frauen, viel Spaß mit euren Bären. Genau. Lieber ein Bär daten. Ja. Ich habe jetzt mehr auf ein Bär Bock. Ja. Frauen, bitte meldet euch in den Kommentaren und sagt, dass ich falsch liege, weil Männer die größere Gefahr sind. Oh, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch lieber ein Bär daten würdet als uns beide zum Beispiel. Ja. Das sehe ich auf jeden Fall. Bär oder Brennpunkt. Ist Bär nicht auch in der homosexuellen Szene so ein bestimmter Mann-Typ? Ja. Gibt es auch so Memes damit irgendwie. Genau. Weil so ein Bär ist, der hat so koppelintere Männer mit Haaren auf dem Körper. Genau. Das sind Bären. Cool. Ja, dann sucht euch ein Bär aus. Das war mein Fest. Tschüss. Tito ist los. Verpisst euch. Verpasst euch. Wascht euch. Und tindert nicht zu viel. Ja. Tschüss. Aber nicht zu wenig. Tschüss. 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 Tschüss.